Wir werden nicht verhungern, so die Botschaft von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Seit Beginn der Corona-Krise wird es immer wiederholt. Die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist sichergestellt. Nach den ersten Hamsterkäufen hat sich die Situation etwas entspannt. Klopapier, ein ganz großes Problem. Und Hackfleisch war bei mir auch immer Mangelware, genauso wie Mehl und sowas. Und Toastbrot vermisse ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Ja, ich kann nur sagen, Toilettenpapier, gerade wieder bekommen. Ich war bei der vorletzten Rolle und freue mich sehr, dass ich hier jetzt gerade fündig geworden bin. Probleme könnte es wohl trotzdem in den nächsten Wochen geben. Denn aus dem Landwirtschaftsministerium hieß es in den letzten Tagen vorsichtig, bei Reis und Trockenwaren wie Pasta oder Müsli würde es eine Veränderung geben. Auch die Landwirtschaft warnt, in den nächsten Wochen sei mit Problemen beim Nachschub von Obst und Gemüse zu rechnen, auch seien Preissteigerungen möglich. Grund dafür ist das Einreiseverbot für Erntehelfer. Die Sparebaubetriebe, wie auch viele andere Gartenbaubetriebe, stehen jetzt vor dem großen Problem, dass im Prinzip die Ernte heranwächst, aber tatsächlich die Helfer fehlen, um diese Ernte einzubringen. Erschwerend kommen in der aktuellen Situation nun noch die Ostertage hinzu. Der Einzelhandel ruft Kunden dazu auf, die großen Feiertagseinkäufe möglichst vor Gründonnerstag oder Karsamstag zu erledigen. So ließen sich Engpässe und die Wartezeiten deutlich reduzieren. Früh einkaufen heißt dann aber nicht wieder hamstern.